So, Hallöchen meine Freunde, herzlich willkommen hier. Was geht's? Zurück zu Emergency 5. Ab zum Verkehrsunfall. Kein Problem. Höre. Kein Problem. Erwarte Befehle. Alles klar. Ja? Ist in Arbeit. So, wollen wir mal gucken hier. Hier ein Heli haben wir auf Tasche. Verstanden. Achtung. Wir müssen so schnell wie möglich alle Unfallopfer retten und notärztlich versorgen. Sie könnten sonst an ihren Verletzungen sterben. Jawohl. Okay. Ist in Arbeit. Bin bereit. Ja? Alles klar. In Ordnung. Nach einer Explosion ist ein Gebäude zusammengebrochen. Alle Personen, die sich im Gebäude befunden haben, sind von Trümmern verschüttet worden. Retten Sie alle Opfer. Wenn nötig, löschen Sie alle Brände. Höre. Wird gemacht. Was geht's? Erwarte Befehle. Wir müssen die Opfer, die von Trümmern des zusammengebrochenen Gebäudes verschüttet wurden, mithilfe des Bergefahrzeugs befreien und abtransportieren. Jetzt brennt das ja noch. Ach Gott. Und soll, wie viel sind denn das nochmal? Nochmal 4 oder 3 oder was? Ey, ey, ey. So, da habe ich keins in der Basis. Zu Befehl Die befinden sich... Noch nicht hier Wird erledigt So, problematisch an sich ist es trotz all dem, denn... Ich möchte, wenn es geht, jetzt hier auch mal landen Sofort Wenn das im Rahmen des Möglichen wäre, danke, dann einmal hier öffnen Kein Problem Schau, jetzt geht ihr vorbrechen Sprich hier der Erste Der Zweite Hier sind das hier Schauen wir mal drei hier Du hier rein, Mensch Leute Eigenständische KI, bitte Sofort So, sind wir jetzt aber sehr schnell durchgehischt Was geht's? Bin dabei Der kann abheben, der kann abheben bei den anderen Haben wir nämlich so ganz dezentes Problem, wenn der Notarzt nicht einsteigt Dass ich den Notarzt nicht wegkriege Oh, Halleluja Oh, Halleluja Bin dabei Bin bereit Wird gemacht Irgendwo Irgendwo Versteckt sich hier noch Vorher war ein Mensch Bin bereit Wir haben jetzt noch hier zwei, die wir die wir da transportieren müssten Wird erledigt Ja In Ordnung Ja, das kommt dann auch gleich mal, wenn's geht hier Höre Ich erwarte Befehle So, du steigst jetzt hier ein Ist in Arbeit Dann ab zum HQ Kein Problem Dann sind wir hier erst mal Abschlapper hin Freistück Wird erledigt Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis Ja, sofort Ist in Arbeit Höre Kein Problem Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis Bin bereit Okay Bin bereit Sofort Ja Jawohl Erwarte Befehle Wird gemacht Was geht's In Ordnung Problem ist halt bloß Wird mal Ich kann die jetzt Ach Gott Was geht's Ja Die alle ein bisschen vorne Äh Äh Etwas weiter nach vorn platzieren Ja Dass die hier nicht 0 von 3 in 1 1 von 2 von 2 in 1 Bin dabei Höre Ist jetzt hier nicht so ganz dumm im Weg rumstehen Was geht's Alles klar Das ist halt bloß die Animation und mit diesem Berg und äh Bergekran der ist halt Einfach nur viel zu lange Okay Eine Tankleischfahrzeuge brauche ich auch schon mal sicher nie Was geht's Bin dabei Höre Höre Das geht schon mal hier hin ran Sehr gut Erwarte Befehle Einmal hier Und einmal irgendwie hier Den Rest lasse ich noch durch RTWs hier andansen Ist in Arbeit Was geht's Jawohl Erwarte Befehle Sofort So Dann haben wir da jetzt hier für frei Gut da wird sich ja schon drum gekümmert Gut da wird sich ja schon drum gekümmert Können am 3 oder messen sein Wollen wir Was geht's Erwarte Befehle Erwarte Befehle Ist in Arbeit Erwarte Befehle Was haben wir da jetzt noch Explosion Gut das ist erstmal relativ egal Ist in Arbeit Ist in Arbeit Ist in Arbeit Jetzt muss ich mir noch grad den Unfalljohn angucken Das ist nicht so lange dauert Erwarte Befehle Zu Befehle Bin bereit Wird erledigt Wird erledigt Was geht's Kein Problem Wollt mal mehr Abschlepper für solche Situationen hier Das wäre mal gut Wollt mal sei denn Ja Wollt mal Wollt mal Wollt mal Was geht's Erwarte Befehle Erwarte Befehle Was geht's Wollt mal Wollt mal Wollt mal Wollt mal Wollt mal alles klar das ist erst mal hier weg und sich selbstständig drum bin ich stark beeindruckt obwohl das eigentlich die flotte von denen hier war oder? erwarte Befehle alles klar zu befehlen erwarte Befehle wird gemacht bin bereit ist in Arbeit ok bin bereit wird gemacht wird gemacht höre verstanden verkehleucht er hier mehr oder weniger schon mal wieder flüssig immer noch keiner da zu befehlen der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis alles klar bin bereit alles klar ist in Arbeit ob es noch zwei Stellen die jetzt hier noch schnell blockiert werden und jede Sache kann noch ein bisschen dauern aber ja ja wir geben ja die Hoffnung nicht auf ja schönen guten Tag ich bin dabei kein Problem wird erledigt Notruf Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden stellen sie ihren Zustand fest und versorgen sie sie wenn nötig transportieren sie sie ab zu befehl gut also mittlerweile zwei finde ich gut bin dabei zu befehl wird gemacht also so eine solche es gab es ja damals eine Tollwut oder so ich weiß gar nicht was das in Mörtchen sie drei war das glaube ich oder war das in Mörtchen sie vier ich weiß gar nicht mehr so genau Achtung uns wurde berichtet dass eine Person eine Zeitbombe gelegt hat der Täter ist bewaffnet und gilt als gefährlich entschärfen sie die Bombe verhaften sie den Bombenleger sollte die Bombe explodieren bevor sie sie entschärfen können dann kümmern sie sich um alle Folgeschäden ich bin dabei gut ich denke mal da reichen es will wo ist das Wortejäger ok bleibt ja sowieso was geht was geht was geht was geht in Ordnung immer wieder diese Bombenleger ja komm ich bin höre gut gemacht alles klar was geht Notruf Gebäude höre Ursache unbekannt wird erledigt bin dabei ok ja gut gemacht sofort erwarte Befehl jawohl Achtung eine Einsatzkraft wird angegriffen ja verstand in Ordnung höre erwarte Befehle erwarte Befehle höre was geht's wird gemacht höre verstand Achtung kein Problem ja verstand Achtung bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt höre rüsten sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt raus heraus sofort ja lass mich da erstmal da hier dazu switch nachher jemini alles klar also sind vorne erst gebrannt egal wir sehen uns morgen wieder meine Freunde denn wir sind fertig ich bedanke mich fürs zuschauen bis denn auf der Ren ciao ciao